Hey, hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist heute ein ganz besonderes, denn ich bin Teil der Magnolia Osteraktion, bei der auch noch ganz, ganz viele andere tolle YouTuber mitmachen und bei der es etwas ganz Besonderes zu gewinnen gibt. Wenn ihr wissen möchtet, wie diese Aktion abläuft, es gibt schon ein Erklärungsvideo auf dem Kanal Magnolias on the Run. Da wird alles erklärt, da schaut einfach mal vorbei, Teilnahmebedingungen und so, das findet ihr alles dort. Ich setze euch das Video hier auf jeden Fall schon mal hin, irgendwo hier rein. Da könnt ihr draufklicken und das Video werde ich dann auch nochmal verlinken in der Infobox, also da unbedingt mal vorbeischauen. In jedem Video, das zu dieser Aktion hochgeladen wird, stellt euch der YouTuber am Anfang des Videos eine Frage, die dann im Verlauf des Videos beantwortet wird. Ihr müsst euch einfach nur alle Videos aufmerksam anschauen, damit ihr die Antworten rausfinden könnt zu diesen Fragen und die tragt ihr dann einfach gesammelt in ein Formular ein. Und das Formular, den Link dazu, den setzt ihr euch natürlich auch hier unten in die Infobox, dass ihr da draufklicken könnt. Von mir gibt es heute ein Frühlingslookbook, in dem ich so ein paar Frühlings- und auch Sommertrends zeige und einfach so meine Fashion-Must-Haves für den Frühling integriere. Meine Frage dabei lautet, was ist mein persönlicher Lieblingstrend für den Frühling? Ich bin mir sicher, wenn ihr das Video schaut, dann findet ihr das ganz, ganz schnell heraus. Und wie gesagt, gibt es ja bei dieser Aktion auch etwas zu gewinnen und ich persönlich finde, das ist was ganz, ganz Besonderes, denn es ist ein Osterpaket mit persönlichen Dingen von uns YouTubern. Das heißt, wir haben uns einfach persönlich überlegt, okay, was können wir euch schenken? Und jeder hat sich das dann sozusagen ausgesucht und das kommt dann alles in ein Paket für einen Gewinner. Und ich wollte euch gerne etwas schenken, was mit dem Thema des Videos auch so ein bisschen was zu tun hat und was mich fashionmäßig auch so ein bisschen ausmacht oder einfach, was ich sehr, sehr gerne trage selber. Und da ist meine Wahl so auf das Must-Have, mein absolutes Must-Have-Accessoire gefallen. Und wer errät es? Was ist es geworden? Eine Statement-Kette, denn ich liebe Statement-Ketten und ich trage sie das ganze Jahr über. Es ist wirklich so mein absolutes Must-Have-Accessoire, wie gesagt. Und wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, dann wisst ihr, wie groß meine Statement-Kettensammlung mittlerweile ist. Ja, ich habe mich für dieses Modell hier entschieden, weil ich finde, dass es eigentlich ein relativ klassisches Modell ist, was, glaube ich, vielen von euch gefallen könnte und was man auch einfach super kombinieren kann, super leicht zu kombinieren ist und was einfach super hübsch und elegant aussieht. Und ich hoffe, das gefällt euch und ihr würdet euch darüber freuen, wenn ihr das gewinnen könnt. Und ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Wir legen einfach jetzt direkt mal los mit den Looks und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.